Na alle zusammen, ich hier ist wieder deutscher Land, ich bin wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich jetzt auf dem Server Azur Myst und da habe ich was gefunden, was ich jetzt schon ein paar Tage lang am suchen bin und zwar hier Maske des ungebetenen Grams und das kaufen wir uns jetzt hier mal für 46.000, fast 47.000 und das ist die LFR Maske und ja, ich habe jetzt ein bisschen rumgeguckt, wie ich es mache mit Upgraden hin und her und ich kann mir, wenn ich es gut mache, quasi damit die LFR Version und die Normal Version holen und ja, deswegen dachte ich mir, kaufen wir das Ding jetzt mal endlich wieder unter 50 Cargo gefunden Juti, das müssen wir jetzt ein bisschen weiterschieben und zwar suche ich mir jetzt einen Schar raus, der ein paar Marken rumliegen hat und ich kann euch da mal theoretisch auch eine Seite zeigen hier, da wollte ich immer ein Video drüber machen, also die ein oder andere kennst du vielleicht schon das ist hier einmal WoW Thing, da habe ich auch das Teil gefunden, das war hier das günstigste außer dem Totmannsdorch, der ja ein bisschen verpackt ist, was ich noch gebraucht habe also da ist die Maske, da habe ich auch den Server gesehen und es gibt aber hier auch noch eine andere Möglichkeit und zwar, wenn wir hier auf Items gehen und dann sehen wir, welche Items ich mit den Chars habe, die ich nur upgraden kann was ich in Währungen habe und so und jetzt könnte ich zum Beispiel gucken, okay, ich habe jetzt ein Plattenitem, das will ich upgraden und ich will es quasi von LFR auf Normal upgraden dann kann ich hier gucken, okay, wer hat wie viele Abzeichen ah, der Draki, der hat verdammt viele Abzeichen, sehe ich hier gerade den könnten wir nehmen, um mal das Ding abzugraden und da werden wir das jetzt mal hinschicken, würde ich sagen der ist auf Anto und da, sobald ich das Item da habe, sehen wir uns gleich wieder so, also jetzt bin ich auf dem Draki und jetzt haben wir den Kopf hier, den lernen wir jetzt einmal und haben dadurch den LFR-Kopf und jetzt können wir einmal hergehen und das Ding upgraden ich bin jetzt extra hier nochmal in die neue Zone gegangen falls ich die Quest hier noch nicht gemacht hätte dass ich nochmal ein paar Free-Token mitnehmen kann ach, schaut mal an, weil ich das schon abgegradet habe mit dem Chars kann ich das sogar für Free machen okay, witzig witzig, witzig okay, ich habe mit dem jetzt immer noch relativ viele Marken über ähm, ich kann jetzt mal kurz bei dem Twink wenn wir schon mal da sind, einmal drüber gucken aber ich glaube, so wie das aussieht ähm, bringt mir hier ein Upgrade gar nichts wir gehen jetzt zur Sicherheit noch einmal, ähm, rüber zum Katalysator mal gucken, ob ich das reinpacken kann und dann würde ich sagen, guck mal weiter so, jetzt gucken wir mal also, ich vermute jetzt sehr stark dass ich da nicht noch irgendwie ein Thema rauskriege ne, weil ich habe ja das Ding an sich schon hier auch okay, das passt wir können jetzt, äh, just for fun einfach mal das ein oder andere noch für den Chars ähm, quasi zum Tier-Set machen so, hat er zumindest ein zweier Set aber die ganzen Sachen anscheinend habe ich da auch schon mal geguckt, ne da kriege ich alles kein Set mehr raus gut, was ich jetzt aber gekriegt habe sind quasi zwei Items und zwar einmal das Normal und einmal das LFR-Teil und die können wir jetzt auch beide rausschmeißen beziehungsweise ich habe es jetzt auch schon eingetragen also hier ist das Teil drin, die Maske, ne und jetzt können wir die auch hier einmal suchen und da schmeißen wir jetzt Normal raus und LFR und dann sind es jetzt hier nur noch zwei sehe, dann habe ich nämlich gleich zwei weggekriegt jetzt hoffe ich, dass ich demnächst noch hier das andere Item finde das Anglitz dann kann ich nämlich LFR-Normal auch rauskriegen hier habe ich es anscheinend vorher wo ich mir das LFR-Teil geholt habe schon mal den Katalysator gepackt also zumindest finde ich es nicht mehr also muss ich mir hier das Normal-Teil quasi kaufen genau aber mal gucken schauen wir mal weiter gut, dann gucken wir mal, was ich noch so finden kann als nächstes bin ich auf dem Server Anquerai und hier habe ich ein removedes Item, was ich kaufen will und zwar mal das Rekrutenhemd da bin ich jetzt schon ja, eine ganze Weile quasi auf Versuche nach das ist jetzt hier drin für 250k und ich sage mal so da es aktuell schwer wird, noch was removedes zu finden was ich noch brauchen kann was zu einem zumindest halbwegs vernünftigen Preis drin ist gehe ich jetzt über meine 200k Grenze drüber und kaufe mir das ich kann euch das mal kurz im WoW-Thing zeigen hier kann ich ja auch die verschiedenen Add-Ons einschalten und das sind jetzt zum Beispiel die Classic-Items und das günstigste, was ich hier noch kaufen kann ist quasi aktuell das Rekrutenhemd für 250.000 die anderen Sachen, da geht es natürlich dann ordentlich nach oben und ich würde sagen holen wir uns das Ding dann sind wir vielleicht auch bald mal fertig mit denen, die zumindest halbwegs noch im erschwingbaren Bereich sind also 250k ist das jetzt muss ich das überhaupt handeln? ne, das kann ich ja auch mit einem Locher anlegen jetzt schauen wir mal wunderbar haben wir das einmal angelegt und John hätte ich gesagt tragen wir das auch gleich mal in meine Liste mit ein also hier haben wir die Liste 250k und jetzt müssen wir mal gucken ich meine es gab mehrere IDs ne ähm und zwar gibt es einmal die ID 6120 und einmal 23.400 irgendetwas jetzt muss ich mal gucken was das hier für eine ID hat okay das ist die 23k ID heißt die können wir jetzt schon mal rauskicken und dann müsste ich mal noch nachschauen wie das aussieht wegen der anderen ob ich die auch schon habe ne also wir können das jetzt auch mal kurz machen einmal hier schauen wir mal oben sieht man nämlich auch ah schau mal das ist die andere ID das ist die ID mit 6120 und wenn man nachgucken will ob man die hat dann kann man sich hier den Ingame-Link holen und dann einmal eingeben und schauen ob ich die habe ne seht ihr die brauche ich noch das ist das andere Ding also das ist jetzt quasi die ID 6120 und das hier ist 23.473 ich weiß nicht ob die auch anders aussehen na gut Hemd ist immer so eine Sache komm schmeißen wir mal das hier weg jetzt schauen wir mal also das ist das Hemd und das andere ja die sehen auch anders aus seht ihr das das ist das was ich gekauft habe und das ist quasi das andere die heißen halt zufällig gleich Juti also heißt irgendwann muss ich dann dementsprechend die andere ID auch noch besorgen Sudala ich war noch mal fleißig beziehungsweise habe ein bisschen Gold ausgegeben und habe mir jetzt einen Gürtel gekauft warte mal die 10 kann ich mir hier raus der hat mich 105.000 Gold gekostet und ist einmal vom Priesterset und das haben wir damit auch tatsächlich fertig so wie es aussieht das haben wir 8 von 8 Priesterset ist zumindest ein Stoffset schon mal raus und dann würde ich sagen trage ich das in meine Liste ein 105.000 und ja mal gucken was wir noch so finden dann sind wir als nächstes auf Blackmore unterwegs und hier habe ich ein Item gefunden ich war gerade auch schon am gucken denn es ist ein Item aus der ersten Season wie es da mit dem LFR Set aussieht seht ihr beim Druid habe ich das Normal bis Mythic Set voll aber irgendwie LFR habe ich irgendwie nie gemacht in der ersten Season dementsprechend ist mir noch ein Item aufgefallen und zwar haben wir hier aus dem Gewölbe der Inkarnation auf dem LFR ein Item kostet 130 ist relativ teuer aber ich muss sagen günstiger habe ich das jetzt die letzten Wochen nirgends gesehen deswegen kaufen wir uns das jetzt hier einmal raus und das kann ich dann auch noch in den Katalysator packen ich habe hier auch gerade noch ein zweites Item gekauft und zwar hier einen Umhang der noch nicht zugeordnet worden ist ich weiß nicht ob der selten ist der hat mir aber jetzt 380 Gold gekostet und da auch nur einer drin war dachte mir komm ich kaufe den jetzt mal sofort raus bin mir nicht sicher vielleicht ist das irgendwas seltenes auch vermutlich ist er jetzt mit einem neuen Patch reingekommen und ja aber den habe ich lieber gleich rausgekauft nicht dass der weg ist bis ich bis ich hier die Aufnahme starte und so gut dann würde ich sagen tragen wir jetzt die Sachen ein was hat das das kostet 130 und das na gut ich weiß gar nicht ob ich den Umhang eintragen soll wir können ihn mal mit 1000 quasi veranschlagen so rum und dann machen wir das mal hier einmal den Umhang wo haben wir denn meine Liste ich denke mal die wird diesmal eh nicht sonderlich lang schlichtweg ah ja ok das hat es irgendwie abgeschnitten gut so viel dazu warte mal probieren wir das mal nochmal kopieren wir es rüber ah jetzt hat es funktioniert und das andere war jetzt hier ähm halt das Teil hier LFR die Brust irgendwie dachte ich das ist ein Gürtel aber keine Ahnung habe mich anscheinend verguckt und das würde ich sagen packen wir jetzt auch noch in den Katalysator rein dann müsste ich nämlich auch noch die LFR Brust da einmal rausbekommen und ja ich weiß gar nicht welche Slots es da alle gibt aber ich meine ähm im ersten Raid hier brauche ich nicht mehr viele LFR Sachen zwei nach meiner Liste warte mal wir können auch mal all the things kurz aufmachen da sieht man es ja glaube ich auch und zwar haben wir das hier und dann äh Gewölbe ne es ist sogar ach ja gut klar ich habe ja gerade das Ding gelernt okay jetzt habe ich gerade hey es ist doch nur eins drin aber ne ja der Mantel den sagt er mir gerade 300.000 erste Season da sind die Sachen leider teuer weil das aktuell so gut wie niemand mehr macht so ja dann gucken wir mal also wir packen ihn hier rein genau und kriegen das LFR der Set auch noch ne Wundbar und ja ich habe es auch noch eingetragen beziehungsweise jetzt müssen wir das natürlich hier auch noch rausschmeißen und der Mantel war noch drin das war jetzt quasi das Teil hier ne das Kämpfer äh genau also dann schmissen wir hier den LFR raus sind es da nur noch zwei und hier haben wir es eingetragen mit 130 sind wir jetzt bei einem Stand von äh 533 also so etwa Halbzeit gut so jetzt habe ich noch auf Twisting Neter was gefunden und zwar haben wir da einmal aus dem Normal Mode äh Stiefelplatte also Amir 13 Normal und die kaufen wir uns jetzt für 70k hier ein denn die kann ich dann auch noch einmal upgraden auf den heroischen Modus und kann da quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen äh jetzt muss ich bloß mal gucken ja genau das muss ich einmal rüber handeln und dann habe ich auf dem Paladin schon die Marken soweit vorbereitet so jetzt habe ich das Item mal auf meinen Paladin hier rüber geschustert also da haben wir das äh das können wir jetzt lernen dann müssten wir das Normal T-Mog kriegen und wenn wir es jetzt upgraden dann ähm müsste ich auch direkt äh ja genau wenn ich es auf 5 upgrade müsste ich auch direkt das HC T-Mog bekommen ja das haben wir jetzt auch jetzt schauen wir einmal rein in die äh ach ne ah doch das ist tatsächlich auch ähm das Set aussehen aber ich müsste jetzt noch ein Mog-Teil kriegen wenn ich es in den Katalysator packe hoffe ich zumindest ja dann schauen wir mal hoch und dann gucken wir mal ob wir da nochmal einen T-Mog kriegen so also dann schauen wir mal hier die Schuhe und ja seht ihr da kriegt dann auch nochmal einen Mog raus und dann würde ich sagen können wir es auch gleich noch in die Liste eintragen also wir jetzt durch ein Item drei T-Mog-Teile gekriegt was schon mal nicht schlecht ist also jetzt schauen wir mal das hat jetzt 70k gekostet dann haben wir da das Item und jetzt müssen wir mal gucken wo das genau ist ah da haben wir es jetzt müsste ich Normal und HC also die können wir beide rausschmeißen dann haben wir hier nur noch eins jetzt checken wir es noch fixen all the things ob das auch so geklappt hat wie ich mir das vorstelle äh Amir-Trasil Normal ja da ist jetzt nur noch das Anglitz drin und im HC müsste jetzt das eine Item auch raus sein schauen wir mal wie hieß das nochmal Flammen des Moment ah das ist abgehakt ok es ist jetzt hier quasi ich dachte mir gerade warum ist es noch drin habe ich es doch verkackt aber nein es ist quasi hier abgehakt aber wenn ich das HC Item hätte könnte ich das HC Item auf Mythic upgraden also als Upgrade Item ist es jetzt hier noch aufgeführt gut das einzige was ich jetzt im LFR noch brauche ist das Anglitz und ist auch das letzte was ich im Normal brauche heißt das werde ich mir jetzt dann im LFR Modus kaufen und auf Normal upgraden dann bin ich zumindest schon mal im LFR und im Normal komplett fertig und gut HC und Mythic ist dann doch noch einiges die sind aber auch alle noch relativ teuer mal gucken ob wir das dann auch noch finden können als nächstes bin ich dann auf Aneteron und hier habe ich das günstigste Anglitz Item im LFR gefunden und das ist für ein LFR Item schon relativ teuer 111.111 also hier eine Schnappszahl aber wir kaufen es jetzt trotzdem dann habe ich zumindest die zwei Sachen fertig irgendwie ich weiß nicht dieser Kopf der ist verdammt teuer im Gegensatz zu allen anderen Items also die anderen LFR Items habe ich teilweise für 50k und runter gekriegt aber den den habe ich jetzt seit fast einem Monat verfolgt ich habe den nie unter 100k gesehen tatsächlich naja jetzt haben wir das einmal mit einem Monk hier und ja mit dem kann ich jetzt quasi das Ding anlegen und dann noch upgraden und das machen wir jetzt mal jetzt tun wir es erstmal anlegen also haben wir das LFR T-Mock und jetzt müsste ich das ohne Marken hoffentlich upgraden können denn naja gut ich merke gerade ich hätte das vielleicht vorher nachschauen sollen bevor ich das jetzt gelernt habe das war jetzt nicht so clever ich kann das auch später noch in den Katalysator reinpacken aber ich habe nachgeguckt ich habe sowohl bei Druid Schurke Monk habe ich überall den Helm schon also bringt mir jetzt auch nicht wirklich was den in den Katalysator zu packen wisst ihr was ich meine also ja ich schaue aber trotzdem noch nicht dass ich mich irgendwo geirrt habe aber ich meine das wird mir nichts bringen aber upgraden muss ich noch auf jeden Fall um das normale Ding zu kriegen und jetzt hoffe ich mal da ich schon einen Kopf an habe der über 450 ist den hier da seht ihr da hat er jetzt den Z-Kopf an sollte das eigentlich ohne Marken funktionieren jetzt schauen wir mal hier auf 5 ja ich muss nur Flugsteine ausgeben und dann haben wir jetzt auch noch das Normal-T-Mock jetzt gucken wir kurz nur schnell rein wie es aussieht also LFR ja seht ihr da ist jetzt nichts mehr drin und hier ist das Anglitz drin fürs Upgrade auf HC aber das Item an sich habe ich okay wunderbar ich fliege jetzt zur Sicherheit nochmal rauf und check mal ob ich das nur irgendwie upgraden kann aber ich denke mal da dürfte nichts drin sein dann würde ich sagen schauen wir zum nächsten Item weiter beziehungsweise ich muss nur eintragen halt stopp halt stopp ich habe es nicht eingetragen ähm hier Moment okay da habe ich den Schadennamen noch drin aber das heißt irgendwas mit Anglitz jetzt kopieren wir es trotzdem einmal raus ich muss es ja in meine Liste richtig eintragen wo haben wir es hier und dann können wir das auch einmal rauskegeln also hier da haben wir LFR und Normal dann sind es jetzt hier noch zwei und dann packen wir es hier auch rein 111 waren das dann sind wir schon bei 700k die wir jetzt rausgegangen haben sehen wir aktuell sind es jetzt nur noch 33 ne das wird es hier langsam ein wenig weniger hier das eine LFR Item das müsste ich mal noch gucken aus dem Vault ob ich das nochmal irgendwo finde aber sonst ist es nur HC und Mythic Sachen wird schon übersichtlich so jetzt habe ich mir noch einen kleinen Beta Krieg hier auf Equin geliefert und habe dann doch das für mich entschieden wir haben einmal für 83.000 aufgeründet 84k ähm einen Gürtel geholt und das ist einmal vom Hexer Set den nehmen wir mal raus und ja Hexer Set brauche ich noch ein bisschen was habe ich jetzt 5 von 8 Items und jetzt würde ich sagen das können wir mal in meine Liste eintragen wo haben wir es hier also das waren dann 84 und das Hexer Set das können wir mal weghauen und jetzt sind wir fast bei 800k die ich bis jetzt ausgegeben habe gut jetzt bin ich hier auf Norganon auch noch fündig geworden da habe ich nämlich auf ein Item geboten und zwar haben wir hier die Brustplatte vom Rogue T3 Set hat mir jetzt gekostet 166.000 die nehmen wir auch raus das ist jetzt das vorletzte Item von dem Set und ähm ja insgesamt brauche ich jetzt noch 11 T3 Sachen also ich habe es hier mal ausgeklappt ähm ja vom Magier Set brauche ich noch 4 Hexer sind jetzt noch 3 einmal Rogue zweimal Palo und einmal Krieger also so langsam wird es und jetzt tragen wir das hier noch in meine Liste mit ein also hier haben wir einmal das Ding 166 und jetzt sind wir schon bei 964 mal gucken ob ich dann noch irgendwie die Tage nochmal was aus dem Black Market rausziehen kann so dola jetzt bin ich noch auf einem glaube ich spanischen Server unterwegs und zwar habe ich da noch was gefunden einmal ein Item aus dem Mitrasil im heroischen Modus und das wollen wir uns jetzt kaufen hier 90k ist tatsächlich EU weit das günstigste ich glaube HC Items hatte ich jetzt noch keine gekauft gehabt aber gut also das holen wir uns einmal und dann können wir das mal rüber traden auf den Main dann kann ich das nochmal ein bisschen hin und her handeln so dola das können wir dann auch noch mit eintragen dann muss ich mal schauen dass ich irgendeinen Stoffcharf finde ich glaube ich hau das dann auch gleich in Katalysator weil ich werde eh keine Mythic Marken mit irgendeinem von meinen Stoffcharakteren zusammenfarmen können dementsprechend können wir uns wahrscheinlich gleich auch in den Katalysator packen so tragen wir es hier ein 90k waren das ich habe mir noch zwei andere Sachen gekauft und zwar aus dem neuen Patch das Grimoire hat 5k gekostet für den Hexenmeister und dann habe ich noch ein paar Bonus Royals geholt wo ich jetzt unterwegs war hier in BFA in den Dungeons das ist tatsächlich relativ teuer erste Bonus Royale kostet 2k Gold und der zweite schon 5k also da kannst du schon einiges ausgeben gut jetzt sind wir insgesamt auf einem Endbetrag von 1.075.000 Gold und ja dann schauen wir mal dass wir das einen Teil noch lernen also jetzt muss ich das zu meinem ich glaube ich mache das mit dem Priester so jetzt schauen wir mal oder ich muss mal gucken welcher Char da eventuell noch überhaupt ein Gürtel im HC braucht wenn ich es natürlich einen Katalysator reinpacke wäre es eigentlich clever da mal zu gucken so also dann schauen wir mal hier auf der VOV Things Seite die hatte ich ja schon das ein oder andere mal gezeigt also das ist das war ein Gürtel wenn ich jetzt richtig geguckt habe ja Talie passt und Talie würde ich jetzt im HC im Priester brauchen mit dem Hexer auch und mit dem Magier auch okay ja bleibt sich eigentlich gleich komm dann machen wir es mit dem Priester da haben wir jetzt schon ein paar Sachen ich schicke es zum Priester so also jetzt haben wir das Ding auf dem Priester dann können wir es jetzt einmal anlegen ah ich habe irgendwie anscheinend den Sound nicht an warum gibt der mir keinen warte doch ah all the things spackt wieder rum ja gut dann haben wir jetzt halt keinen Sound aber dann packen wir es jetzt einmal in den Katalysator rein und dann kriege ich hier auch noch das HC T-Mog also ich könnte es theoretisch auch auf Mythic upgraden aber dafür bräuchte ich halt diese Mythic Marken und beziehungsweise auch die HC Marken die habe ich halt schlichtweg mit dem Priester nicht so jetzt müsste ich zwei T-Mogs gekriegt haben einmal das von dem Item und einmal dann noch hier das T-Mog von dem Tier Set und jetzt tragen wir es noch aus meiner Liste aus und zwar oder habe ich das jetzt schon gemacht schauen wir mal kurz also hier einmal ah ne habe ich noch nicht gemacht also HC können wir jetzt auch rausschmeißen und dann haben wir noch eins zwei drei vier fünf sechs HC Teile also zwei habe ich schon und gut acht Mythic Teile brauche ich noch aber die sind noch aktuell sehr sehr teuer Juti dann sind wir durch mit dem kleinen Waste Video hat mich gefreut dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder euer Tila bis dahin ciao auch go geh ha ha dick